einen schönen guten tag und willkommen zurück zu zero tolerance so dann würde ich da weitermachen wo ich letzt mal aufgehört habe nämlich mit der zehnten basement mission sub basement dann würde ich sagen attacke und ja ist auf jeden fall viel größer viel verzwickter als die letzte mission aber gut ich würde mal sagen attacke okay hier ist nichts dahinten ist noch eine schrotflinte auch hier nehme ich mal mit 99 geh ich noch mehr als 99 geh ich noch okay man merkt es ist je tiefer man hier kommt umso mehr sieht es nach alien struktur hier aus so jetzt muss ich mal schauen ob ich kann gerade ausgehen erstmal das ist eine sackkasse heilung schrotflinte okay ich habe auf jeden fall am start schon mal heilung so nachtssichtbrille die brauche ich nicht so weg mit dir noch eine schrotflinte aber ich sag mal so so lange ich bis zu sechs gegner abschieße und immer eine schrotflinte zwischendurch kriege ist das noch optimal so warte mal wie mache ich das jetzt am besten glaube ich gehe erstmal links rum da kommt schon weg mit dir hier ist eine schrotflinte die lasse ich erstmal liegen weil ich komme da so oder so nochmal vorbei oder ne dann könnte ich die jetzt könnte ich die ecke da oben ok ok ich habe irgendwas ausgelöst ok ok die granate hat nichts gebracht ok ich muss sie erstmal weg machen halt ok 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 Huh? Woah! Ah, am Ende. Zack. So, jetzt kann ich mal eben kurz die Nachtsichtbrille holen. Die war irgendwo hier oben. Okay. So, weg mit dir. Hier, da liegt eine Schrotflüte. Ah, da liegt ein Flammenwerfer. Okay. Ich glaube, ich warte erstmal. Bis die Nachtsichtbrille weg ist, dann nehme ich den Flammenwerfer direkt mit. So, okay, dann bin ich hier fertig. Dann kann ich da weiter unten in die Ecke gehen. So, wieder ein Flammenwerfer am Start. So, dann kann ich auch langsam mal hier hingehen. Ja, hier einmal die Ecke durchsuchen. So, noch eine Schrotflinte. Okay, die lasse ich mal auf Falte. So, okay. Ah, das ist ein Bewegungsmelder. Okay. Bio-Scanner. Da ist noch eine Schrotflinte. Okay. Na gut, dann gehe ich erstmal da nach... Da hinten in der Ecke erstmal. So. So. Oh! Oh! Okay, jetzt hole ich erstmal den Bioscanner. Ja. So. Ah, da wird noch einiges drauf kommen. Noch eine Schrotflinte. Okay, Nachtsichtbrille. Habe ich die Schrotflinte mit. Was ist mit da? Achso, nur... ...ne Leiche? Oh, komm schon. Hey! Meine Güte, ey! Einmal daneben geschossen... ...und dann kleben die einen an der Ferse. Oh! Ah, okay. Geht der nur bis 100%. Okay, jetzt... Die nehm ich mal mit. Geburtsgewehr... Okay, Nachtsichtbrille brauche ich nicht. Okay, Heilung... ... ... Okay, hier ist nix. So, wo bin ich jetzt genau? Okay, ich glaube ich lauf gerade aus und dann gehe ich von der Ecke aus nach unten und dann mache ich halt ne Runde. Aber bevor ich weitergehe, einmal kurz ne Nachtsichtbrille holen. Hier war einer. So, da gehe ich gleich hin. So, jetzt nochmal Schrotflinte. Weg mit dir. Okay. Ah, komm schon. Na gut. Oh, okay. Okay, der Counter geht runter. Perfekt. Das sieht in Heilung aus. Na, geh weg. Geh weg. Ja, Heilung. Ah, ne neue kugelsichere Weste. So, manchmal ist ich doch gerne mal ne Handgranate. So, was haben wir hier? Sprengstoff. Äh, muss ich erstmal den Sprengstoff auswählen. Okay, äh. Okay, äh. So. So, noch nen Bio-Scanner. So, fängt mit dir. Okay, äh. Okay, äh. Die musste ich halt mitnehmen. Okay, noch mehr Minen. Was war das denn? Nicht ohne der Typ. Okay, noch einen Bioscanner, den lasse ich erst mal liegen. So. Okay. Ah, weg mit dir. So, das war noch da. Den hier holen. Meine Güte, ne, ist das echt ein Partyraum hier. Wow. Weg mit dir, meine Güte. So, dann können wir hier noch mal die Runde laufen. So, dann bin ich auch so weit hier fertig. Okay, äh... Ja, erst mal... Hutsch. Erst mal da einmal den Gang nehmen. Sackgum collected. Weil der führt zu einer Sackgasse. Komm schon. Ach. Ja, kommst du der. Gut, hier ist nix. Äh... Ah, verdammt zu langsam. Okay. Na, zeig dich. Okay, noch... ... und noch mehr Sprengstoff. So, das war's mit diesem Abschnitt. Ah, noch 60 Feinde noch vor mir. Gut, munitionstechnisch bin ich einigermaßen versorgt. Einmal schauen... Okay, das geht mir so... ... du noch so geradeaus mäßig. So, war mir klar? Okay, hier ist niemand. Auch nicht, okay. Ah, okay. Okay, kam nicht drum rum. Okay. Ah, komm schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Ärgerlich wieder. Keine Käfflerpeste mehr. Okay, was hast du? Handgranaten. Okay. 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 Softgun collected. Laser aim dive collected. Okay... Ah, mein Gott. Ach, irgendwie wollen die Handgranaten nicht so ganz. So, was haben wir da? Schrotflinte? Noch eine? Da liegt noch eine, lasse ich liegen. Ah, noch 44 Feinde. Nehme ich die mit? Weg mit dir. Okay, Sprengstoff nehme ich nicht mit. So, gucken. Karte. Erstmal da rein. Ah, weg mit euch. Hier, Drecksviecher. Verdammt. Ah. Sollen wir mal die Nachtsichtbrille mitnehmen? So, was haben wir hier? Ach so, Pulslaser. So, weg mit dir. Ne, die lasse ich liegen. Dafür nehme ich die hier mit. 31 Gehe ich da noch. Wow. Ja, ich brauche Platz wieder in der Mitte. Bin ich hier richtig? Ja, hier bin ich richtig. Okay. 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 So, wie rum lauf ich jetzt am besten? Na, ich geh erst mal geradeaus. So, weg mit dir. 17 geh ich da noch. Na, vielleicht find ich noch ein bisschen Ausrüstung. Munition geht immer. Ah, komm schon. Ah, du Drecksviech. Okay, hier ist nichts. Das ist mal hier rein. Ah, hier ist ne kugelsichere Weste. So, noch ne Schrotflinte. 8 Gegner habe ich noch vor mir noch. Okay, erstmal da. So, weg mit euch hier. Am Flammenwerfer. Okay, Pulsgewehr. Ah, komm schon. Okay. Äh, ich hole noch ein bisschen Schrotflinten-Munition, dann bin ich durch. Ich habe hier irgendwo noch am Start gelassen. So, heilungstechnisch ein Gesundheitspunkt, weiß ich nicht. Ich habe hier noch ein bisschen Schrotflinten-Munition. Ach, hier ist noch was. Ach, hier ist noch was. Ach, hier ist noch was. Sprengstoff fülle ich nicht. Am besten hole ich hier, äh, die Munition vom Startgebiet. Mal ein bisschen zurücklaufen müssen da. Mal ein bisschen zurücklaufen müssen da. Aber ist okay. Gucken wir mal hier. Äh, äh... Okay. War nicht gewollt, aber ist okay. Ja, man merkt es, wie verwinkelter alles wird und so. Aber ich finde es gut. Okay, einmal hier. Hier war nur die Sackkasse. Hier war nichts. Hier ist auf jeden Fall was. Hm... Eine muss ich noch holen, oh. Ne, hier war nichts, okay. Ich habe auf jeden Fall Heilung noch ein bisschen oben. Ah, ne. Ne, hier war der Bio-Scanner. Ach, hier. So. Jetzt kann man sagen, Attacke. Gucken. Karte. Ja. ... ... ... ... ... ... lang. So. Ich gucke mehr unten auf die Karte als auf dem Bildschirm, um mich zu orientieren. Aber es ist jetzt hier praktisch nur noch in den Sput hier. So, ich muss mal hier abbiegen. So, zack. Einmal hier rum, dann da rein. Das ist die Tür. Okay, da ist der Aufzug. Einmal hier rum, dann da rein. 95 Gegner diesmal. Oh, mal weniger. Das ist doch schön. So. Oh, interessanter Strukturaufbau hier. Ziemlich symmetrisch diesmal. Ja gut, ich würde mal sagen, das war's dann auch wieder fürs erstes Jahr. Nächstes Mal geht's dann weiter mit der elften Basement-Mission. Sub-Basement 11. Ansonsten wie gehabt, war's das auch fürs erstes. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald. Und tschüss. Bis bald. Bis bald. Bis bald.